Und, äh, wer sind wir? Tina Kessler. Wollen Sie schon weiter? Bevor Sie mir auf die Handtücher sabbern, so viel habe ich nämlich nicht zum Wechseln dabei. Nicht so, dass ich diesen Hummer wirklich wahnsinnig gerne übernehmen würde. Ich habe mich nämlich informiert und habe recherchiert und herausgefunden, dass Hummer sehr sensible und sehr liebe Tiere sind. Die, wiederum, wenn man sie in den Topf reinwirft, sehr großen Schmerz empfinden. Wo ist eigentlich der Ausscheiter bei Ihnen? Ich bin fertig. Sie wollen den Hummer. Ich würde auch dafür bezahlen. Wo wollen Sie denn halten? In der Badewanne? Vielleicht. Eine Baumstreichlerin. Was? Sie sind so gut für diese Welt, aber Sie kriegen den Hummer. Oh, danke dir ja. Darf ich vorstellen? Eure neue Chefin. Der ist gut. Also, mein Schokoladenmeister habe ich definitiv schon wieder abprobiert. Ich sage es ja, aber es ist die Allzweckwaffe gegen schlechte Laune. Mama Mia, du Jojo again. Why, why, just how much I missed you. Yes, I'll be broken hearted. Loose is the day we parted. Why, why, did I ever let you go? Mama Mia. Ich hoffe, dass euer Traum niemals erinnert. Danke, Tine. Danke für alles. Und du passt gut auf meine Freundin. Ja, sonst bekomme ich Ärger mit dir. Ich tue mein Bestes. Hab euch lang nicht gesehen, hab so viel zu erzählen. Nils! Und fang hier ab. Wie sich die Welt heute Nacht um uns dreht. Nicht, dass diese Freundschaft niemals vergeht. Niemals vergeht. Tief ein und aus, okay? Das wird ein perfekter Tag und es wird alles wunderschön. Das schließe ich nicht die erste Brotte, die wir fachgerecht behandeln. Clara, ich denke, du bist gerade auf dem ersten Weg dahin. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wenn irgendwas, dann macht es mich wütend. Ich meine, was ist los mit dir? Wie kann er sich jetzt in mich verliehen? Es gab eine Zeit, da hättest du dir das sehr gewünscht. Hey, mach doch vorsichtig, wie so fest. Das habe ich dir wieder. So. Ich will euch nie verlieren. Ihr seid mir so nah. Ihr seid wunderbar. Ich hab euch so vermisst. Ihr habt mir so gefehlt. Hab euch lang nicht gesehen. Hab so viel zu erzählen. Und wie sich die Welt heute Nacht um uns dreht. Auf dass diese Freundschaft niemals vergeht. Niemals vergeht. Niemals vergeht. Niemals vergeht. Den Strauß auf dem Auge. Komm, wir haben hier die Fotos. Okay. Viel Spaß. Und schon nervös? Warte ab, bis du mal was. Warte ab, bis du mir noch mal bleib. Hein. Huum! Frau Luura! Ich will mich jetzt. Kaffee! Oof, keine Schlüsse. Komm, first touch if they are haunted. Nein die! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Wenn ich mit dir schlafen muss, du stehst einfach nicht auf Frauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch toll, warum freut sich denn jemand, dass... Nein, nein, nein. Er wurde von einem herabstürzenden Hubschrauberteil erschlagen. Tina hat ihn gerade identifiziert. Wo ist es dran? Du bist gestorben. Mach es.